Heute zeige ich euch sechs mega coole Sommer-Build-Hacks. Leute, der Sommer ist fast vorbei, aber wir starten hier mit einer Sandburg, ganz einfach mit Sandsteinstufen und Wasser und dann tun wir Mauern in die Mitte. Als nächstes zeige ich euch eine Palme, die wir ganz einfach aus Tropfsteinen bauen, weil die so aussehen wie ein Palmstiel. Der dritte Bauhack ist ein Barbecue-Grill. Wir platzieren Feuerschellen in den Boden, ein paar Falltüren, dazu kommen Webstühle, die sehen nämlich aus wie Grillroste und Gemüse. Und fertig ist unser kleiner Grill. Alternativ zum Grill kann man auch sehr cool eine Feuerstelle bauen. Dazu nimmt man einfach ein Lagerfeuer, macht einen Kessel drüber, tut ein paar Rüstungsständer im Werfer, aktiviert sie mit Redstone und fertig ist die Feuerstelle. Mit einem Leuchtstab und einer Quarzstufe kann man ein richtig süßes Vogelbad erstellen. Da platzieren wir jetzt einfach Wasser rein und nur einen kleinen Vogel. Du bist jetzt mein Freund. Auch richtig süß ist ein kleines Vogelnest am Boden.